ja moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video beim hochsauerland gaming ja es ist ja wir sind hier voller freude unser sägewerk ist im betrieb genommen worden wir produzieren unsere ersten holzstämme dazu schauen wir einmal rein ins sägewerk was hier genau passiert unser mitarbeiter ist auch schon fleißig und bedienpunkt ja der nächste stamm kommt angefahren ich habe nämlich schon ein klein wenig holz verladen in das sägewerk um die ersten bretter zu produzieren ja man sieht die holzstämme werden schön und bedenkei gefällt unser mitarbeiter ist hier fleißig am berg hin ja da fahren unsere bretter die dann hier hinten auf zwei positionen abgelegt werden einmal diese position und einmal dahinten ja die bretter fahren jetzt gemütlich hier rüber werden hier abgeladen und schon kommt der nächste stamm angefahren ja unsere bretter produktion ist im vollen gange das freut mich sehr dass ich hier ja dieses werk jetzt in betrieb nehmen kann für unsere weitere produktionsstätten es ist auch mittlerweile nacht geworden aber wie man sieht man arbeitet hier im dreischicht system um auch rund um die uhr uns mit brettern zu versorgen wir werden aber gleich noch mal ja noch ein paar stämme holen werden dass unser sägewerk auch ordentlich gefüttert ist ich möchte einmal nur kurz schauen wie viel haben wir denn jetzt ja wir haben noch 912 kapazität von holz hier kommen dann die hackschnitzel raus die wir dann später mit dem radlader verwenden werden ja für unsere karton produktion weil wir müssen kartons herstellen für unsere obstgärten um diese früchte zu verkaufen ich würde sagen wir lassen den mitarbeiter hier einfach mal alleine jetzt arbeiten und werden einfach noch ein paar holzstämme zusätzlich dazu holen dazu müssen wir einmal hier am rückwärts raus fahren das ist ein bisschen eine Sisyphusarbeit da kommt schon ist es wieder passiert das ist hier mit der Einfahrt ein bisschen tricky warum wir hier nicht raus kommen machen wir das ganze einfach anders weil wir können da hinten auch noch raus fahren wir fahren einfach hier raus das ist alles ein bisschen eng gebaut alles aber es funktioniert wir können hinten rein fahren vorne raus einfach wunderbar ja ich habe diesen anhänger als mod heruntergeladen mit autoload funktion ich wollte ja eigentlich den mann als lkw haben für unsere stämme zum aufladen aber leider ist dieser mod mit der autoload funktion hat das nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte deshalb habe ich mir diesen anderen mod heruntergeladen wir werden jetzt einmal den mod starten für autoload der autoload ist an muss hier ein bisschen da ähm recht äh knapp dran fahren dass diese stämme überhaupt aufgeladen werden aber so wie man das sieht funktioniert das nicht so richtig oder ich habe einfach den falschen winkel hier angewählt wir probieren das einfach mal von dieser seite ja von dieser seite funktioniert es ich habe die äh ja die left side angewählt um diese stämme hier automatisch zu laden ist alles ähm ja ein bisschen tricky mit der beladung das ist noch nicht so ganz richtig ausgekühlt ich würde sagen wir lassen das einfach jetzt erstmal so machen die spanngurte drum da muss ich dann offline noch mal ein bisschen schauen wie ich das denn besser hin bekomme aber die stämme die wir jetzt geladen haben können wir erstmal ins sägewerk fahren ich würde sagen wir fahren einmal hier hinten rum da kann ich nämlich dann besser in die produktionsstätte einfahren weil man hat ja gesehen dass dies ja nicht ganz so einfach ist ja die wahl der gebäude von der platzierung her nicht ganz so gut gewählt aber sollte kein problem sein wir können hier rein fahren werden die stämme jetzt hier in der abladeposition die sich hier befindet einmal abladen dann einmal unload und unsere stämme werden in das sägewerk geladen doch wir haben jetzt unsere stämme abgeladen der nächste baumstamm ist ja im anmarsch wir haben jetzt neun prozent quasi mit dem paar holzstämme hier geladen man sieht ja dass die bretter produktion voll im gang ist für unsere nächsten videos mit dem mod gebäuden für die zucker herstellung oder was auch noch ist für unsere karton herstellung wo wir hackschnitzel benötigen und wasser so ich möchte euch ja noch einmal kurz hier schauen wir einmal zu ganz in ruhe ohne kommentar wie unser freundschirm gesagt wird so unser holzstamm ist jetzt durchgesägt ich habe mal einen kurzen moment ruhe gehalten dass wir das einfach auch nur schön sehen können wie hier unsere bretter hergestellt werden unsere bretter laufen jetzt über das förderband zur abladeposition einmal hier jetzt mit 31,67 prozent hier hinten befindet sich die andere abladeposition für bretter ja die haufen wachsen und gedeihen wird größer in der zwischenzeit wird vorne unser nächster baumstamm angefahren oder kommt angefahren in unsere sägeeinrichtung hier unser mitarbeiter hier hat voll zu tun einmal kurz schauen was unser mitarbeiter da eigentlich macht ja wir haben hier also die anzeigen für unser sägewerk das ladevolumen der bretter hier unser ladevolumen für holz für hackschnitzel ja unser mitarbeiter hat hier wirklich voll zu tun jetzt ich freue mich einfach riesig dass wir jetzt anfangen können endlich holz machen wir haben das holz natürlich von einer ja das heißt von einer stelle gemacht wo noch ein paar bäume standen weil unsere bäume die wir auf dem feld angepflanzt haben einfach noch nicht groß benutzen zu werden das dauert noch ein wenig bis die soweit sind deshalb würde ich sagen machen wir einfach mal mit der hofarbeit schauen wir mal wo wir weiter machen können unser helfer ist nun nicht auch fertig mit säen für unseren weizen den wir noch benötigen für unser hofsilo und das stroh natürlich das wir benötigen für unsere futtermisch herstellung ja und den rest stroh den wir dann nicht benötigen würde ich einfach sagen ja bauen wir noch ein hof ja silo weiß ich nicht ob man das silo nennen kann eine bunkermöglichkeit dass wir auch noch ein bisschen stroh lagern können falls wir dann bedarf haben ja können wir das dann immer dort abrufen der mitarbeiter ist auch fertig ja ich habe offline ein bisschen weiter gespielt um einfach hier ein bisschen voranzukommen hier liegt noch ein bisschen heuschwagen die nicht mehr bei 1 meiner spiele nicht mehr in den ladewagen gepasst hat aber das ja wenn wir irgendwann falls wir nochmal heu machen sollten mit dazu holen einfach weil ich rechts sowieso hier rechts auf dieser wiese ja immer mähen tue ist eine schöne große fläche kriegt man ordentlich was zusammen für unseren ladewagen so und deshalb werde ich hier auf dieser wiese einfach ja unser gras produzieren falls wir nochmal heu brauchen auch unser heu so ja mit unserem bonzer einmal licht an wir haben hier eigentlich noch genug stämme liegen ja ich habe den anhänger den ich habe ist wie gesagt vorhin schon gesehen mit autolotfunken von daher ist es eigentlich egal wo ich meine stämme hinlege aber ich möchte trotzdem ordnungshalber das einfach auf einen haufen lassen die schnittlänge ist sechs meter die lassen wir auch so auch für unsere zukünftigen bäume die wir ernten werden werden wir alles mit sechs meter ernten oder fällen ich weiß nicht wie man es genau beschreibt ja machen wir den noch ja dann würde ich sagen lassen wir das ganze dann auch mit der Hölzernte hier gut sein weil ihr habt ja jetzt gesehen dass ich den bonzer habe dann diesen Auflieger mit autolotfunktion um meine stämme hier auszuladen ja die kleinen bäume hier werde ich nicht fällen ja erstmal noch nicht das hat im moment keinen sinn weil das einfach nicht ertragssteigernd ist wir haben ja noch ein zwei drei vier fünf etwas größere bäume stehen die wir fällen könnten das werde ich auch noch machen aber offline ja und dann werden wir uns auch so langsam mal eine Stuppenfräse zulegen müssen um unsere ganzen Baumstümpfe die hier noch zu sehen sind abzufräsen um dann ja später wieder neue bäume hier anzupflanzen so wie es auf Feld 21 geschehen ist hier werden auf jeden fall wieder bäume sein weil das einfach eine Ecke ist die ich so nicht nutzen kann für irgendwas für Gebäude oder zur Anpflanzung von anderen Sachen schauen wir noch mal kurz ins Sägewerk was denn hier jetzt wieder ja der nächste Stamm wird angefahren gigantisch es ist im vollen Gange Rohstoffe haben wir genug Bretter haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile ich würde dann langsam mal anfangen für unseren Radlader eine ja Palettengarten zu besorgen oder was vielleicht doch besser ist ja wollen wir uns vielleicht einen Gabelstapel kaufen dann können wir die Bretter mit dem Gabelstapel hier raus fahren das überlasse ich euch jetzt könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben was denn oder was ihr denn besser findet unseren Glasfadlader mit Palettengarten oder extra doch ein Gartenstapel zu kaufen um unsere Paletten von diesem Gebäude ins nächste Gebäude zu fahren um dort dann mit der Palettenproduktion zu beginnen ja die Palettenproduktion wird so wie das jetzt aussieht wie das hier im Gange ist jetzt auch baldig starten werden weil wir jetzt schon genug Bretter haben können wir jetzt so langsam unsere Palettenproduktion auch starten so Bretter sind abgeladen nächster Baumstamm wird hinten umgeladen angefahren ja gigantisch also ich freue mich wirklich sehr auf dieses große Holzprojekt was wir hier vorhaben was im vollen Gange hier ist ja die Investition wird sich lohnen für dieses Gebäude und auch für unsere Brennerproduktion und auch für unsere Brennerproduktion jetzt muss ich einmal kurz schauen warum hier wer ist hier blockiert wer hat hier was zu sagen er nicht er wurde blockiert durch den Verkehr durch den Verkehr aber das ist kein Problem den lassen wir einfach ja weitermachen ist auch jetzt das letzte Feld was wir hier zu düngen haben die anderen Felder sind bereits gedüngt das heißt wir können diesen Düngeanhänger wieder weg ja ich möchte mir jetzt auch von dem Geld was wir jetzt noch haben um hier endlich mal ein bisschen Ordnung zu schaffen so wie das jetzt hier aussieht steht hier alles kreuz um die quer mal schauen ob das vom Platz her reicht dann werden wir hier ein ja Unterstand bauen ein Gebäude um unsere ganzen Fahrzeuge im Unterstand zu platzieren dass dieses ganze Chaos hier einfach aufhört und dass wir ein bisschen Ordnung hier rein bekommen schaue ich einfach mal das werde ich aber auch offline machen dass wir hier noch einen Unterstand hinbauen wo wir dann unsere ganzen Fahrzeuge unterstellen können es wird das ein oder andere Fahrzeug auch noch dazukommen wenn wir denn genug Geld haben ja was das für Fahrzeuge sind das erkläre ich euch später mehr da gehe ich nochmal genauer drauf ein was wir hier noch benötigen und was ja was benötigen und ja wir haben immer noch dieses große Problem mit der Gülle und Mistproduktion da wir davon zu wenig haben wird es auch in einer der nächsten Folgen einen Schweinestall geben und die ersten Schweine werden einziehen ja das gibt eine riesen Schweinerei da müssen wir auch einige Fruchtsorten anbauen die ich noch nicht gemacht habe wir müssen Rüben anbauen und Kartoffeln und dazu möchte ich aber ja Rüben und Kartoffeln müssen wir anbauen wir müssen Mais anbauen Raps, Sonnenblumen oder Sojabohne ja das bauen wir an ernten wir dann auch werden uns aber diesen ja Kartoffelernter und Zuckerrübenernter den werden wir uns dann ausleihen also mieten quasi ja ihn zu kaufen wäre unwirtschaftlich für einmal ernten wenn wir unsere ganzen Felder ansehen was wir haben ja wenn wir das alles geerntet haben und dann hier platzieren quasi auf freier Fläche oder in einem Bunker oder in einem Silo ja der Nutzaufwand für diese Fahrzeuge ist einfach zu gering weil wir sie zu selten brauchen deshalb werden wir die Fahrzeuge bieten ja das soll es auch für diese Folge jetzt erstmal gewesen sein wir haben jetzt gesehen dass das Sägewerk in Arbeit ist zum Abschluss gucken wir natürlich noch einmal hinein und werde euch mit den letzten Eindrücken hier vom Sägewerk ja nochmal alleine lassen ja genießt diesen letzten Abspann noch für diese Folge wie der Baumstamm zu Holzbrettern verarbeitet wird ja und dann würde ich sagen Leute ich halte mich jetzt raus lasst euch in Ruhe diesen Baum schon noch sehen bis zum nächsten Mal Tschüss ich halte mich bei Das war's.